Die Kantonspolizei St. Gallen hat heute kurz nach drei Meldungen bekommen, dass eine männliche Person zwischen Brübach und Henau bei der Thuerbrücke, respektive im Wasserfall, vermisst wird. Obwohl der Wasserfall nicht sehr spektakulär aussieht, kommt trotzdem eine relativ grosse Menge Wasser mit einer grossen Wucht her. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020